Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey, was ein wunderschönes Bild, wenn ich doch jetzt wüsste, hör mal, wie das mit dem Foto geht. Ich hab gar keine Ahnung, wie das von dem Foto funktioniert. Ja, so nicht. So nicht, oder? Ich hab tatsächlich gar keine Ahnung, wie man diese Fotos macht. Da hab ich nie drüber nachgedacht. Aber das wäre jetzt ein schönes Bild hier. Na ja. Guck mal, machen wir mal weiter. Muss ich vielleicht mal hinlesen. Bei Origins hab ich das, glaub ich, auch dann irgendwann mal gemacht. Da wusste ich's dann auch irgendwann, aber ich glaub, das verheirst. Irgendeine Taste muss man drücken. Aber ja, was weh's ich? Was weh's dann ich, hör mal? Kann mir nur auch nicht alles merken. Ah, in meinem Alter. Ich bitte euch. Also. Zu welch geistigen Fähigkeiten soll ich denn hier noch, ähm... Jetzt ist mir wieder ein Fockes. So. Und jetzt ist hier, ähm... Alles wieder gefestigt, weil ich irgendwie zwischendurch das Gebiet verlassen hatte. Das ist natürlich doof. Also man darf... Man darf so ein Gebiet nicht verlassen, weil sich nämlich dann alles... Oh. Ich glaub, diesen Ort, zu dem ich wollte, der ist hinter mir. Da. Es ist dann alles wieder null. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja sehr ärgerlich. Gut. Das war jetzt auch ein bisschen gemeint, dass mich diese böse Höhle einfach... ...in ein Nachbargebiet gejagt hat. Ach, guck mal, da hinten ist die Heimat. Oh, ist ja auch schön. Hier hat man ja richtig gute Sicht. Ach, guck mal. Das war toll. Da können wir ja bis nach Hause gucken. Ganz, ganz da hinten. Irgendwo ist mein kleines, süßes Häuschen. Das ist ein bisschen kaputt und ein bisschen hässlich ist. Aber meins. Dieser Sprung ist völlig übertrieben. Das ist der Grund, warum du regelmäßig in irgendwelche Abgründe fällst. Weil du meintest, du müsstest einfach irgendwelche völlig übertriebenen Riesensprünge machen. Anstatt einfach mal locker, easy, den Fels runterzuhüpfen. So, was haben wir hier? Ein Dickenlager. Was Athenisches. Amphikäer Militärlager. Oh, Militärlager ist natürlich spannend. Militärlager wollen wir natürlich räumen. Das ist ja klar. Der Fehlzauber ausschalten und Schatzplünden. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Danke, Cassandra, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass es eine Gefahr sein könnte, sich hier einzuschleichen. Das ist ja auch mal faszinierend. So, da ist schon mal... Bist du Befehlzauber? Das wäre schon mal nice. Sonst kann er da. Okay. Ja, Minus Startstärke. Sehr schön. Jetzt muss ich nämlich wieder von vorne anfangen mit D-Stabilisieren. Das ist sehr belastend. Geh du mal da rein. Das ist super. Immer schön authentisch. Die Athener mit dem Spatiaden Leonidas Speer erlegen. Damit die immer direkt schon mal wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. So, wo ich nur hingelaufen. Du darfst darüber. Das ist okay für mich. Richtig. Der Reflexbogen. Das ist toll. Wenn du gerade nur so dumm rumsitzt nichts zu tun hast, sei doch einfach tot. das wird die katze aus dem sack ja oder einfach nur was witziges wie eine leiche ja das richtig also meistens nicht immer manchmal stelle ich mich auch ein bisschen doof an das gebe ich ehrlich zu zu mir hey zu mir die frage ich könnte in den palisaden aber jetzt hat die richtung sich ganz gut wieder zurück das zählt sehr schön wenn ich in den busch so ich wollte eigentlich aus nur um die katze aus dem sack zu lassen aber dann wurde ich gestört zwei zwei katzen deswegen wollte ich hinten lang das ist die frage wo ist der das hier war doch noch einer der geht jetzt einfach der kommt jetzt hier rüber und denkt sich gleich schon wieder ein tode wer ist denn das ist denn das für den dodo däme und hinter ihm ist dann auf einmal die katze raus und der löwe auch der löwe der löwe der löwe ist los die 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 so kommt durch jetzt noch gegenseitig etwas echt hier sind mir zwei witzige ok ich würde sagen das lache ist mal clear ich schütze einmal alles weg jetzt da ist der schatz wer sich in gefahr gibt kommt darin um ja ja man hält sich halt keine löwen ist halt dumm tschüss war nicht böse gemeint bis bald mal wieder das ganze gebiet destabilisieren wie arschen aber vielleicht wird sich hier in dem dörf stehen ein bisschen was ergeben wo man hier irgendwie so ein bisschen zeug verbrennen kann oder so heiligtum von delphi ich hoffe dieses orakel hat bessere nachrichten als das entsparte oh eine statue anders noch hätten sie sind jetzt schon dreieck der sie da über dem arsch hat recht den tanker der warum ist das so eingeschnürt um die backen rum so wie sieht denn die das gute von vorn aus hallo entschuldigung ich muss mir das mal kurz ach der hat da wenigstens mal ein schnibbi schon so viel schnibbilose statuen gesehen wo ich immer sagen muss leute sind in ordnung also diese eunuchen kult den kann ich nicht gutheißen gold mitnehmen tempel des apollon das was ziemlich heilig ist das was ziemlich stimmt was was den leuten sehr wichtig ist und dass man nicht mit füßen treten darf also ein bisschen respektvoll mit umgehen muss sowas ist das bestimmt engelchen 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 fliegt das ist kein engelchen aber es fliegt zumindest wenigstens fliegt es aber ein schönes amphitheater das muss ich sagen sehr hübsch so in asone ich habe hier ich war mit meinen fingern verrutscht ich war mit dem mittelfinger nicht auf w sondern auf die ich wollte so machen fasziniert dass sie auch mal so überstürzt aus diesem haufen wieder raus springen ich würde nach so einem sprung erst mal ein momentchen liegen bleiben und erleichtert aufatmen dass ich den scheiß drüber überlebt habe ach guck kassandra ist das nicht beeindruckend wir sind den göttern so nah dass ich apollon überall spüre wie lief es mit elpenor das erzähle ich dir später unter vier augen wer ist das nur ein einfacher pilger er hat gerade das orakel getroffen ich musste ihn einfach fragen ob sie so glorreich ist wie alle sagen und was sagst du sie hat mir mehr neue fragen als antworten gegeben so sind die orakel du hast mich gelogen es ist wirklich der speer von leonidas vielleicht habe ich dich erwähnt erst denken dann ja das passt malakka bahnabas benutzt deinen kopf er schien eben an legenden wie dir interessiert zu sein ich dachte ihr würdet euch verstehen wie du erkennst den speer mit nur einem blick du bist kein einfacher pilger in delphi ist nichts nur so wie es scheint auch ich nicht mein name ist herodotus ich bin geschichten erzähler das war ich jedenfalls der krieg zwingt uns allen neues auf damit hast du recht warum verschleierst du deine identität ich bin hier auf geheiß eines mannes aus athen eines mächtigen mannes wir haben vor diesen krieg endlich zu beenden du hast mir erzählt du wolltest das orakel etwas persönliches fragen der krieg ist persönlich bahnabas also wolltest du von der pythia wissen wie man den krieg beendet ja aber in delphi stimmt irgendetwas nicht an jeder ecke stehen wachen die menschen werden abgewiesen delphi ist nicht anhärend so wie es alle beschreiben war es schon immer so nein es war einst ein offener gast freundlicher ort aber der krieg ändert alles jetzt suchen wir die politischen gründen auf prophezeihungen in kriegszeiten treiben die gemüter zur gewalt du solltest deine klingen besser verdeckt lassen blutvergießen wird in delphi als beleidigung apollons verstanden die strafe dafür wiegt schwer dieser andrang ist ja unglaublich kommen immer so viele menschen um die pythia zu sehen das sind ja nicht alles gewöhnliche leute jede stadt entsendet terror heilige botschafter die um hilfe für ihre einwohner bitten die pythia hat nicht nur einfluss auf die persönlichen schicksale der menschen sondern auch auf das schicksal der gesamten griechischen welt stell dir vor wie viel einfluss man nehmen könnte würde man lenken was sie von sich gibt sie wird von apollon gelenkt natürlich wird sie das du scheinst nicht überzeugt davon zu sein dass man der pythia glauben schenken kann was hat sie dir gesagt ich bat sie mir eine möglichkeit zu zeigen diesen krieg zu beenden sie sagte der frühling sollte sich nicht den winter wünschen weil er sein tod bedeutet welch weisheit ich verstehe kein wort davon aber deswegen ist sie ja da drin und wir stehen hier draußen ich erkenne eine drohung wenn ich eine höre du hast so lange auf kephalenia gelebt ich will der pythia ein paar fragen stellen aber diese schlange ich bin alt und grau bis ich sie endlich treffe du machst witzel du besitzt mehr waffen als eine schmiede ich will hier keinen ärger machen aber wenn das schief geht gebe ich dir die schuld dafür barnabas ist sie nicht genauso großartig wie ich sagte ich bin ein großer fan von mir ich bin ein großer fan von mir weil er sein tod ist ja das ist in der tat richtig der ähm der winter würde alles was der frühling so schön macht erfrieren die frage ist warum man sich dem winter wünschen sollte ich will die pythia sehen eintritt erhält nur wer vom licht des apollon aus erwählt wurde und wie wird man auserwählt indem man sich hinten anstellt sehe ich aus als würde ich mich hinten anstellen m m wähle deine frage mit bedacht sterbliche denn nur eine ist dir gewährt sprich wahrheitssuchende als kind verlor ich meine mutter ich muss sie finden wo ist sie du bist es aus den visionen das kind auf dem berg wie kannst du das wissen du musst gehen sofort gehen hast du eine ahnung was ich durchstehen musste um hierher zu kommen oh das habe ich ich sah dass sich der blick des priesters auf kaosos nicht in die knie zwang ein kind und seine familie verdanken dir ihr leben aber woher niemand kann sich vor dem licht verstecken bitte der weg hierher war weit ich brauche antworten auf meine fragen kind des berges der kult des kosmos hat seine augen überall sie werden dich töten kult des kosmos das orakel hat gesprochen die prophezeiung ist dein du hast meine fragen nicht beantwortet die pythia ist fertig für heute ich gehe nicht ohne antworten kein blut vergesen und polontempel herodotus herodotus du bist noch hier du bist noch hier wo ist bernabas er ist zum schiff zurückgegangen du scheinst nicht glücklich über deine prophezeiung zu sein sie wusste wer ich bin sie ist die pythia es gehört zu ihrem beruf so zu tun als würde sie dich kennen sie hat nicht nur so getan sie sagte sie habe visionen von mir als kind auf einem berg welches kind stand nicht schon mal auf einem berg ich bin von diesem berg geworfen worden mein leben endete und begann auf diesem berg glaub mir sie wusste wer ich bin was ich getan habe sie wollte mich warnen warnen wovor sie sprach vom kult des kosmos sagt dir das irgendetwas ich habe gerüchte gehört ein kult kein gewöhnlicher auf dem weg nach delphi aber ich habe den keine beachtung geschenkt die pythia hatte angst vor ihnen die wachen haben sie fortgeführt fortgeführt dann stimmen die gerüchte wenn dieser kult die pythia manipuliert das sind erschütternde neuigkeiten weißt du was das bedeutet durch sie kontrolliert dieser kult die welt ich muss unbedingt mit ihr sprechen wenn sie nicht so gut bewacht wird dafür müssten dir die götter ein wunder schenken sie wird immer bewacht du weißt mehr über die pythia als ich wo könnte ich sie finden wenn sie sich nicht im tempel des apollon aufhält dann in ihrem haus in der chora von delphi ich kann schlecht alle türen eintreten bis ich sie gefunden habe das haus des orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein sie ist wohl die einzige die es sich leisten kann im luxus zu leben kannst du mir sagen wo genau die pythia dort lebt ich habe gehört dass sie am rand des ortes leben soll aber sei vorsichtig man wird sie bewachen nicht jeder sucht das orakel mit guten absichten auf ich werde herausfinden wo die pythia lebt und meine antworten bekommen kassandra vergiss eines nicht schiere kraft ist nutzlos wo feingefühl von nöten ist dieser mann scheint mir sehr weise zu sein willst du ja oder? ich hoffe nicht so ja also ein ominöser kult und wir kennen ja alle assassin's creed und das system von einem assassin's creed wir haben immer irgendwie eine gruppe verschiedener menschen mit einem absoluten Oberhaupt, die es am Ende alle zu vernichten gilt. Haben wir diesen Verschwörungstrupp damit aufgespürt? Ein neuer Tag. Ja, das kann ja noch spannend werden. Wie das weitergeht, das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge oder wann auch immer. Auf jeden Fall nicht mehr in dieser. Aber das Orakel hat uns in der Tat wenig Antworten gegeben und eher Rätsel aufgegeben. Hm, wie das wohl weitergeht. Bis dahin noch einen schönen Tag und tschüss.